Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Montag, dem 15. Februar 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 954. Und ja, wenn es klappt, werde ich die komplette Woche vom Achim übernehmen, je nachdem wie ich es zeitlich unterkriege. Somit euch einen guten Start in den Tag und heute habe ich die folgenden Themen. No Time, Apple Watch, Facebook Watch, Windows Defender, YouTube Update und Shortcut Button. Ich beginne gleich mit No Time. No Time ist ein Schweizer Unternehmen, das sich auf Same-Day-Auslieferung konzentriert hat oder fokussiert hat. Oder ja, ihr wisst, was ich meine. Und die haben jetzt den ersten grossen Meilenstein erreicht. Das einmillionste Paket wurde soeben ausgeliefert. Das mag für den einen oder anderen Deutschen nicht nach viel klingen. Für den einen oder anderen Österreicher oder Österreicherin eventuell dann doch. Ja, bei 8 Millionen Einwohnern und ja, aktuell natürlich Corona ist da einiges zusammengekommen in der letzten Zeit. Ich mag mich noch an mein erstes Paket erinnern, welches ich damals über den Bahnhof Zürich, glaube ich, mir habe ausliefern lassen. Mittlerweile gehört das Unternehmen ja zu der Schweizer Post und da will man noch einiges tun. Denn die Schweizer Post sagt sich auch, immer mehr Menschen möchten ihre Ware, die sie online bestellen und das unabhängig von Corona, natürlich möglichst schnell bei sich haben. Ich bin mal gespannt, was die nächsten Meilensteine sein werden. Weiter geht es mit der Apple Watch und auch die hat einen Meilenstein erreicht. Anscheinend soll Apple die 100-millionste Apple Watch im Umlauf gebracht haben. Für ein Gadget, was da ganz am Anfang ziemlich verschrien wurde und es hiess, dass es eh nie erfolgreich wird und bla bla bla. Das hatten wir ja schon mehrfach. Ja, ist eine schöne Zahl. Da würde sich die eine oder andere Firma freuen, hätte sie so viele Geräte im Umlauf, wie es eben Apple allein mit ihrer Apple Watch hat. Wo die Reise hingeht, das werden wir noch sehen. Wo die Reise aktuell steht, ist natürlich vor allem im Bereich Fitness mit der Fitness Plus Plattform, welche sie in den Staaten bereits gestartet haben, sicherlich erst am Anfang von dem Ganzen, was da noch möglich ist. Und ja, erfolgreiche Geschichten bringen Facebook immer wieder auf den Plan, nachdem man das Facebook Phone in Sand gesetzt hat und die, das, wie hieß das, Portal Smart Display, also die smarten Displays, so a la Google Hub oder Alexa Hub. Ja, möchte man jetzt das nächste, ich sage jetzt nicht schon in Sand setzen, aber es könnte in die Richtung gehen. Facebook möchte auch einsteigen in den Bereich der Wearables. Sie möchten eine Wearable auf den Markt bringen, also eine Smartwatch auf den Markt bringen, die vor allem auf Messaging und auf Gesundheitsdaten aufsetzt, also somit den eigenen Messenger-Dienste oder besser gesagt die ganzen Messenger-Dienste, die Facebook anbietet, unterbringen und natürlich dann noch eure Gesundheitsdaten sammeln. Ja, ich glaube, mit dem letzten Satz habe ich alles gesagt, das wird keine Erfolgerei werden, denn wer will schon Facebook kostenlos mit seinen Gesundheitsdaten füttern? Die haben schon genügend von uns. Bei Microsoft hat man mit dem letzten Update, genauer gesagt mit dem Februar Patch Day, eine Schwachstelle gestopft, die es schon seit elf, zwölf Jahren im Windows drin gibt. Im Windows Defender, wie hieß der früher mal, oder nein, so hieß der früher mal, heute glaube ich Microsoft Defender Antivirus, da war eine kleine Sicherheitslücke drin, worüber Menschen, die es nicht so lieb mit deinem Meinen, einen Angriff auf oder euer Konto haben, übernehmen können. Das Gute daran ist, das Ganze hat, wie so viele der Schwachstellen, nur lokal funktioniert, das heisst, der Bösewicht musste lokal an deinem Rechner sitzen, dein Passwort wissen etc. und hätte dann so sich einklinken können. Ja, ist geschlossen, wenn ihr dann das Update runtergeladen habt. Ich drücke jetzt hier gleich mal auf Neu starten und dann wird das Update installiert, zumindest auf dem mobilen Rechner hier. Genau, weiter geht es mit der YouTube App und Google hat es jetzt endlich geschafft, wir schreiben, oder zum Zeitpunkt des Update Dates haben wir Freitagabend geschrieben, hat YouTube sein Update rausgehauen. Es gibt jetzt eine neue YouTube App, es sind kleine Fehlerbehebungen etc. drin und sie haben viel zu viel Kaffee getrunken und gleichzeitig müssen sie natürlich jetzt davon, da haben sie sich ja lange dagegen gesträubt, auch die Datenschutzhinweise einpflegen und da sieht man auch, was YouTube, genau gesagt, Google sammelt. Nämlich die Informationen der gekauften Artikel, die Kontaktinformationen, Benutzerinhalte, den Browserverlauf, die Nutzungsdaten, sonstige Daten, Standort, Kontakte, Suchverlauf, Kennung etc. Ich freue mich ja schon, wenn die restlichen, wie viele Google Apps gibt es, circa 60 Google Apps, die es gibt, auch ihren Update raushauen und was da alles mitgesogen wird. Für all diejenigen, die es noch nicht haben, unter iOS, bei den Einstellungen, beim Punkt Datenschutz, gibt es einen Punkt Tracking, da den Riegel auf Grau setzen, so verhindert ihr, dass generell Daten abgesaugt werden können von eurem Smartphone im Bereich des Trackings. Auf jeden Fall sinnvoll. Zu guter Letzt gibt es noch einen kleinen Hinweis zum YouTube Channel, der hier zum Pogipsi Network dazugehört. Da habe ich ein neues Video, die IKEA Shortcut Button, den Schnellkoppelknopf. Ich glaube, ich habe letzte Woche darüber berichtet, dass der jetzt online verfügbar ist. Ich habe mir zwei davon bestellt und dazu ein kleines Video gemacht. Da könnt ihr sie mal anschauen. Ich habe sie angebackst und ein kleines Konfigurationsvideo dazu gemacht. Wer also mag, gerne Link auf daily.geektalk.ca im Browser oder im Podcatcher eures Vertrauens zum Anklicken und Nachschauen. In diesem Sinne euch einen guten Wochenstart und bis bald wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.